In diesem Video stellen wir euch die besten Alternativen zu JetGPT vor. Dabei konzentrieren wir uns auf die Tools, die über ähnliche Funktionen wie JetGPT Plus verfügen. Und so, für alle interessant sind, die sich aktuell noch gegen die Premium-Variante von OpenAI entschieden haben. GPT-Fonds und Internetzugriff mit dem Bing-Chat von Microsoft Der Zugriff auf das GPT-Fonds-Modell ist auch neben Plugins sicher noch einer der größten Vorteile, die ein JetGPT Plus-Account aktuell bietet. Viele wissen es bereits, aber wir wollten es auf jeden Fall in diesem Video nochmal erwähnen. Der Bing-Chat von Microsoft, der ja komplett kostenlos verfügbar ist und auch Zugriff auf das Internet bietet, verwendet ebenfalls GPT-Fonds und ermöglicht es so, jeder und jedem das neue Modell zu verwenden. Man muss dazu sagen, dass man trotzdem von JetGPT mit dem neuen Modell und dem Bing-Bot oft sehr unterschiedliche Antworten bekommt. Und wir sind der Meinung, dass die Texte von JetGPT oft einen kleinen Ticken besser geschrieben sind. Das sind dann aber wirklich eher die Feinheiten oder Kleinigkeiten. Auf der anderen Seite bietet Bing eben nicht nur GPT vor, sondern direkten Zugriff auf das Internet, sodass sowohl aktuelle Informationen mit in die Antworten einbezogen werden können, als auch diese Antworten direkt mit Fußnoten und den entsprechenden Quellen versehen werden. So hat man immer die Möglichkeit, die angegebenen Informationen nochmal einfach gegenzuprüfen oder etwas genauer zu recherchieren, wenn man noch nicht ganz zufrieden mit der Antwort des Chatbots ist. Damit kopiert Bing eben direkt auch noch die Browsing-Funktion von JetGPT Plus, was natürlich ein weiteres Premium-Feature ist. Da die Funktion in JetGPT selbst mittlerweile Browse with Bing heißt, ist sogar die Frage, wer hier wen kopiert. Der Bing-Chat lässt sich auch sehr gut auf dem Smartphone nutzen und bietet eine solide Spracheingabe, die im Vergleich bei der JetGPT iOS-App noch nicht so ganz ausgereift scheint. Alles in allem ist Bing, was die Qualität der Antworten und den Umfang der gebotenen Funktionen angeht, aktuell vermutlich die beste kostenlose Alternative zu JetGPT Plus. Das Internet durchsuchen und Quellenangaben mit Perplexity. Eine weitere kostenlose Alternative für GPT ist Perplexity. Die KI gibt es jetzt auch schon eine Weile und sie konnte sich gegen OpenAI sehr gut behaupten. Man kann hier vollkommen kostenlos und ohne Registrierung Fragen stellen und erhält sehr gute Antworten, die ebenfalls auch direkt mit Quellen belegt werden. Mittlerweile gibt es auch eine Pro-Version, bei der man den Bot dann ebenfalls mit GPT-4 benutzen kann. Aber für alltägliche Fragen und Aufgaben reicht die Gratis-Version meiner Meinung nach vollkommen aus. Wer möchte, kann sich auch die App auf das Handy laden, also auf Android oder iOS und hat so eine echte Alternative zur App von OpenAI. Ein Feature, das Perplexity von anderen JetBots und auch JetGPT unterscheidet, ist, dass man auswählen kann, welche Art von Anfrage man stellen möchte. Man hat hier die Wahl zwischen einer klassischen Anfrage, die alle verfügbaren Informationen für eine Antwort nutzt, oder aber man kann beispielsweise eine Frage stellen, für die dann nur wissenschaftliche Arbeiten durchsucht werden. Ebenso kann man Wikipedia, Reddit und YouTube direkt durchsuchen, was natürlich zu einer sehr guten Filtermöglichkeit für Antworten führt. Wer Perplexity nutzt, um Texte zu schreiben oder Code zu generieren, der kann das auch problemlos auswählen und so der KI direkt sagen, was für eine Art von Ergebnis man gerne hätte. Diese Zusatzfunktion und die allgemeine Qualität der Antworten macht Perplexity für uns zu einer echten Alternative, die wir tatsächlich auch selbst immer wieder verwenden. Daten analysieren und visualisieren mit Rows. Das Code Interpreter Plugin für JetGPT, das sich aktuell noch im Alpha-Stadium befindet, hat mit den bereits gezeigten Beispielen für viel Aufsehen gesorgt. Ohne viel machen zu müssen, kann man mit diesem Plugin riesige Datenmengen analysieren, kinderleicht Visualisierungen erstellen und vieles mehr. Auch wenn nicht ganz alle Funktionalitäten des Code Interpreters hier auch möglich sind, würde ich auf jeden Fall empfehlen, sich mal die Website rose.com anzuschauen. Rows ist im Grunde genommen ein Programm zur Erstellung und der Arbeit mit Tabellen. Ähnlich wie Excel oder Google Sheets. Das deutsche Unternehmen gibt es seit 2016 und in dieser Zeit hat das Team die Software kontinuierlich verbessert und neue Features hinzugefügt. Erst kürzlich gab es viele Schlagzeilen, denn es wurde eine KI in Rows integriert. Laut eigenen Angaben handelt es sich dabei um GPT-3, aber die Ergebnisse sind trotzdem sehr, sehr gut. Man kann entweder Daten in Rows selbst erstellen, indem man die Tabelle ausfüllt, also wie in Excel, oder es gibt die Möglichkeit, existierende Excel-Dateien oder CSVs hochzuladen und in Rows zu analysieren. Wir haben ein eigenes Video dazu bereits auf unserem Channel, in dem wir Rows ausführlich testen und alles von der Registrierung bis hin zur Analyse von ein paar Beispieldaten erklären. Was wir in diesem Video noch nicht gezeigt haben, was aber trotzdem mit Rows möglich ist, ist die Visualisierung dieser Daten. Also ein bisschen wie beim Code Interpreter Plugin. Wer sich also dafür interessiert, neben reinen Texten oder einer reinen Auswertung von Daten auch Trends und wichtige Kennzahlen visuell darzustellen, sollte Rows auf jeden Fall mal testen. Man benötigt zwar einen Account, aber das Programm kann im kostenlosen Plan bereits sehr umfangreich genutzt werden. Den Link zur Website gibt es natürlich in der Beschreibung. AskYourPDF nutzen, um PDFs zu durchsuchen Für diejenigen, die nur mal kurz ein PDF durchsuchen möchten und sich dafür nirgends registrieren wollen, ist AskYourPDF.com eine super Alternative zum JetGBT Plus Feature. Hier kann man ganz einfach ein PDF hochladen und anschließend mit einem Bot über den Inhalt der Datei chatten. Unsere Tests haben wirklich sehr gute Ergebnisse liefern können. Und praktisch ist natürlich auch, dass die KI immer direkt nach dem Upload direkt einige Fragen vorschlägt, die man stellen kann. Dadurch kommt das Gespräch mit dem Bot einfach besser zustande. AskYourPDF ist übrigens auch der Anbieter des aktuell besten PDF-Plugins für JetGBT. Ganz ähnlich wie mit dem Bing Browsing bekommt man hier also eigentlich genau dasselbe. Nur eben ohne den JetGBT Plus Premium Account. Klar, man hat nicht alles an einem Ort oder in einem Chat. Aber wenn man das eben ab und zu mal benötigt, denke ich, ist es eine wirklich gute Option, einfach die entsprechenden Seiten zu besuchen, statt jeden Monat bezahlen zu müssen. Hier gibt es noch eine weitere Alternative namens JetPDF.com. Ebenfalls kostenlos und fast identisch in den Funktionen. Die Ergebnisse waren auch hier sehr gut, allerdings schnitt AskYourPDF minimal besser ab, wenn es um deutsche Texte ging. Wir haben aber beide Tools in der Beschreibung verlinkt, sodass du dir einfach selbst ein Bild machen kannst und beides ausprobierst. Zu den PDF-Tools. Es sei natürlich noch erwähnt, dass wir uns vor der Verwendung immer die Datenschutzrichtlinien durchlesen sollen und vielleicht nicht irgendwelche sensiblen Dokumente mit Firmendaten einfach hochladen. Aber ich denke, das ist klar. Das war es jetzt auch schon mit unseren JetGBT Plus Alternativen. Ich hoffe, das Video konnte dir weiterhelfen und es war vielleicht das ein oder andere Tool dabei, das du noch nicht kanntest. Wie immer freue ich mich über ein Like oder einen netten Kommentar für dieses Video. Und wenn du zukünftig keine wichtigen Updates zu neuen Tools und News aus der KI-Branche verpassen willst, lass uns doch am besten ein Abo da und wir sehen uns dann im nächsten Video.